Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Bad Wars Folge Bad Wars Bad Wars und dem Raffel es ist einer unserer Party reingetört wo ich mich frag ich hab den ich schwöre ich hab den nicht eingeladen der gerade gestorben ist ich kenne nicht ich habe nicht in meiner Freundesliste ich hab ich hab gefragt wo er ist er hat mit keiner Antwort gegeben da schütze wer bist du eigentlich und so bla 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 nicht geantwortet jetzt beschrieben dass ich ein angeblich zu Baden zugefügt aber sie war ganz sicherlich gemacht aber ich hab den gleichen meiner fs ich bin gleich in der Mitte Bitsch ist Leute bauen sich gar nicht in die Mitte diese Bimbus die Obensbund 6 nein wo gut die Ereignisse drüber kubbt Kütter die Gold Bogen Belagerung du weißt was ich wird mein Schwert ich werde mein Bogen machen wird die dann unterschatten wie am Schadbo hihihi die Bogen naja es kommt die andere du ließ daher dient gar nichts von Pist sagt jetzt Minus Auge hoch hoch oder ich glaubte eine leckte uns kann es sein das steht nicht für meine Luft okay bewegt sich noch schaffst du das alter was hat der für ein knockback Junge okay oh bitte keine Lame Runde Mann aber ich habe einen Bogen die Bitsch die wissen das nicht ich habe fast kein Sound solche Bitsch jetzt werde mal rasiert zack und zack oh lol da kommen sie alle beide ich glaub das wird der neue Rekord ich möchte den letzten töten aber wie viel der ausgehen ja tschi tschi gg zwei Minuten 43 aber wenn diese Folge wie das sowieso diese Runde wirklich geilen also kurz war dann nicht noch eine zweite Bettwissen hinten her und sehen wir uns bei der zweiten Runde bis gleich bis gleich